Ich finde es wichtig, dass es für den Jungen heutzutage Möglichkeiten gibt, mit Gleichgesinnten entspannt zusammen zu kommen. Deswegen finde ich das wirklich toll, dass es hier in Husum dieses Begegnungszentrum hier in dem renovierten Gemeindehaus gibt. Und jetzt viel Glück mit Ihrem Megalos. 10 Euro gewinnen die Megalose mit den Endziffern 5, 8. 1000 Euro fallen auf die 7, 8, 8, 9. 10.000 Euro auf die 2, 4, 0, 4, 1. 100.000 Euro auf die 3, 3, 5, 4, 5, 1. Und den Höchstgewinn von einer Million Euro im ersten Rang gewinnen die Megalose mit den Endziffern 4, 5, 2, 4, 2, 5, 4. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen schönen dritten Advent.